Let's play with the supercartons ja ich hab hier das erste Dingspäckchen für euch mal sehen was noch drin sein wird Westermania von 30 Montes fort okay und Katastrophe Kraft okay wenn ich jetzt nochmal Montes fort kriege hab ich so ein Pro so wieviel Dinger hab ich denn noch was nach der Infusion ich hab jetzt noch drei Stück muss ich dann mal sammeln mach ich aber dann während ich meine Bobi Levels play habe die ich ja Pro hab äh die ich ja Pro äh Play Leveln muss und dann Pro und dann machen wir das so und so dann level ich jetzt mal die Westermarken 30 ab und dann gucken wir mal wie stark er ist so was kann man da wegschmeißen nehmen wir einen Neon nehmen wir einen Neon okay okay Tempo Charisma und auf Härte so so wie stark wie hoch ist der zum Ranking der ist hier okay 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 und dann würde ich sagen Ciao Leute doch und dann ich jetzt das oder das oder oder